Mein Name ist Philipp Janz und ich darf gemeinsam mit meiner Familie in Fiegerhof in Kalsam-Großglockner bewirtschaften. Wir haben uns der Milchziegenhaltung und der Direktvermarktung verschrieben und zu diesem Zweck auch im vergangenen Jahr eine Käserei neu gebaut. Unser Projekt ist Hostiol Kospa, haben wir gemeinsam mit der Familie Luca vom Nussdorfer Hochberg umgesetzt. Die Familie Luca bewirtschaftet in Bödlerhof am Nussdorfer Hochberg, wo sie sich neben der Schaf- und Ziegenhaltung im Besonderen der Legehennenhaltung verschrieben haben. Beide Familien befassen sich schon sehr lange mit der Direktvermarktung und ein Impuls für Osttirol Kospa, der stammt eigentlich aus unserer Ursteuhause, die wir vorhin aufgrund von Corona ins Leben gerufen haben. Zu unserer Überraschung ist das ganze Projekt, man kann schon so sagen, komplett durch die Decke gegangen und das war dann der Startschuss für unseren Onlineshop www.osttirol-kospa.at. Obwohl wir uns erst in der Startphase von unserem Projekt befinden, ist es uns tatsächlich gelungen, dass wir über 100 Produkte von 14 Lieferanten anbieten können. Besonders stolz sind wir auch darauf, dass wesentliche unsere Produkte Nationalpackprodukte sind. Also nicht nur unser Kamenbär oder der Schnittkass, sondern auch zum Beispiel die Produkte von Beislawiert, der was mit seiner Hausalame und mit seinen Hauswürsteln auch als Nationalpackprodukt zertifiziert ist. Osttirol Kospa ist ja nicht nur der Name von unserem Onlineshop, sondern auch das Selbstverständnis von unseren Türen und unseren Handeln. Und wenn man als Bauer das ganze Jahr mit der Natur und mit den Viehern arbeitet und zum Schluss darf man noch einer so einen Lärpkase in der Hand haben, dann ist das schon ganz ein eigenes Gefühl. Und so möchten wir unseren Onlineshop ausbauen und in Zukunft nicht nur in den Leuten im Bezirk, sondern auch darüber hinaus, Eugen die Möglichkeit geben, einen Teil von unserem kostbaren Osttirol jederzeit bestellen zu können.